Hi, hier ist wieder eure Tasha Luna und heute waren wir mal beim Late Food Shopping. So nennen wir es mal. Um 21.45 Uhr war im Chili Bar Restaurant hier im Duisburg Innenhafen die Abholung und jetzt schauen wir zusammen mal in die Boxen. Machen wir mal auf. Wow, schau dir das an. Das nenne ich mal ein schönes Überbleibsel. Und ich glaube, das wird uns richtig gut schmecken. Tschüss.